Ich habe so viele Frauen, ich habe so viel Geld, ich habe so viele Autos, aber ich bin nicht glücklich. Sei es Geld, sei es Autos, sei es Klamotten, Gucci, Louis Vuitton, egal was, mir hat wirklich an nichts gefehlt. Dein Kopf will Geld, dein Körper will die Dunja, aber die Seele will den Islam. Aber wirklich 90, 95 Prozent, ich habe Leute zum Weinen gebracht mit dieser Entscheidung. Wenn das Kunst, künstlerische Freiheit, ich sage was ich will, aber checken eigentlich gar nicht, was für ein Einfluss es auf die Jugend hat. Die haben mir radikal geschrieben, ey, Brado, ich habe dich gehasst, aber jetzt liebe ich dich für Allah, weil mein Sohn wieder anfängt zu beten wegen dir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa rahatsh. Wa alaikum wa salam, mein gaita buhra. Erstmal Jazakul ala khayr wa m'gadadhi, ich reiche dich belohnen für deinen Kopf. Amin, uns alle inshallah, Dankeschön für die Einladung. Ich hoffe, dir hat es gefallen hier. Die Leute haben sich gut gekümmert um dich. Dankeschön, sehr, sehr nett. Ja, für die, die ihn noch nicht kennen, ich würde behaupten, dass alle dich draußen kennen, die dich jetzt dieses Video verfolgen werden oder die absolute Mehrheit. Okay, du bist Dorn, wahrscheinlich kenne ich die meisten unter deinem Künstlernamen Brado. Genau so sieht es aus, Brado. Genau, und du hast vor kurzem eine wichtige Botschaft an die Menschheit gerichtet, nämlich, dass du die Rap-Karriere an den Nagel hängst. Genau. Und gesagt hast, du schlägst den einen Weg ein, den besten Weg, den man einschlagen kann, den Weg Allah subhanahu wa ta'alas. Genau. Wie war das für dich dieser Tag, als du diese Message, zwei Jahre einen Livestream, als du das an die Community weitergegeben hast? Dieser Tag, dieser Tag, mein Bruder, war mit Abstand der beste Tag in meinem Leben. Das war so eine Freiheit. Ich bin eine Tonne leichter geworden. Und man fühlt sich wirklich frei, wenn man mit einer Sache aufhört, die wirklich auch zu Haram führt. Und das war auch viel mit Vertrauen. Ich habe wirklich komplett auf Allah vertraut. Und mit dieser Einstellung, mit dieser Entscheidung, sage ich mal so, habe ich den Druck auf meiner Brust komplett gelöscht. Und khair inshallah. Ich hoffe, alles wendet sich ins Gute. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Möge Allah mir verzeihen. Allahumma amin. Juma'in al-Muslima. Amin. Allahumma amin. Vielleicht, bevor wir anfangen, was mich persönlich interessiert hat, aber was wahrscheinlich viele andere draußen interessiert. Allgemein, ein bisschen über dich. Woher kommst du? Wo kommst du ursprünglich her? Wo bist du groß geworden? Vielleicht, wie bist du groß geworden? Wann waren die ersten Berührungspunkte mit dem Islam? Die ersten Berührungspunkte mit der Musik? Wie kam das so alles? Ich bin in Russland groß geworden, Bruder. Und auch dort aufgewachsen. Es ist so eine Kleinstadt mit vielen Ausländern. Es ist sehr multikulturell. Und ich war schon immer mit dem Islam in Kontakt, auch mit meiner Familie. Wir sind alle gläubig. Das Ding ist halt nur, das war jetzt kein strenger Glaube bei uns. Wir durften alle selber entscheiden, wie wir glauben und wie viel wir auch glauben, wie viel wir auch praktizieren. Meine Eltern, das ist auch üblich, viele Eltern wollen ja auch natürlich, dass der Sohn oder die Tochter den geraden Weg geht. Aber es war jetzt nicht so, dass ich bestraft wurde, wenn ich mal nicht bete. Also ich hatte schon da meinen freien Willen, ob ich es mache oder nicht. Und dann kam, ich hatte ein ganz normales Leben, ja in die Kindergarten, Grundschule, Berufsschule. Hab dann auch meine Ausbildung angefangen bei Opel. Und mit der Ausbildung, also in der Ausbildung hat dann auch die Musik, wurde dann die Musik auch ein Teil meines Lebens. Wie alt warst du da ungefähr, als das losging? Also mit der Musik, ich hab schon mit acht Jahren so, ich würde wirklich mit acht, neun, zehn, habe ich schon angefangen zu rappen. Auf irgendwelchen Songs, alles nur nachgerappt. Und hab da auch schon mein Talent gesehen. Auch vom Umfeld her, die haben mir schon gesagt, deine Stimme hört sich schon in so jungen Jahren etwas härter an. Versuch's auch mal mit dem Rappen und so. Dann hab ich es auch versucht. Hat geklappt. Ich musste dafür meine Ausbildung abbrechen. Mitten in der Ausbildung hab ich meine Ausbildung, also ich komplett abgebrochen. Und bin dann komplett in die Musikrichtung gegangen. Und das ging dann auch einige Jahre. Wurde dann auch erfolgreich durch den einen oder anderen Song. Und die Reichweite wurde immer größer und du hast dir eine gewisse Fanbase aufgebaut. Und danach wurde es wirklich vom Hobby zum Beruf. Man hat angefangen Geld zu verdienen. Die Lage wurde wirklich ernst. Und dann fing es auch schon an mit dem ganzen Unterwegssein und Datermin und hier und die Musikvideos. Dann warst du halt komplett im Game drin, Bruder. Aber man kann schon sagen, eigentlich früh, das heißt deine Familie ist islamisch. Das heißt du bist früh mit der Masjub, mit dem Moschinski in Kontakt gekommen. Wahrscheinlich Jummah, Papa hatte ich mitgenommen, Freitagskibit, Koranlesen beigebracht bekommen. Aber dann noch trotzdem intaktes Familienleben. Weil es ist interessant, weil oftmals ist das Bild, was die Medien suggerieren wollen, dass sie erst Bild verkaufen wollen. Du wirst nur gläubig, weil du aus kaputten Familienverhältnissen kommst. Du irgendwie eine schwere Kindheit hattest. Alhamdulillah, ich hatte die beste Kindheit. Möge Allah meinen Vater segnen und reichlich belohnen. Das ist ein sehr, sehr guter Mann. Mir hat an nichts gefehlt. Ich war auch kein kaputter Junge oder irgendwie, dass ich einen Schicksalsschlag habe und deswegen zum Islam gefunden habe. Meine Familie, ich rede sehr, sehr gerne über meine Familie. Wir sind alle gläubig. Aber wie gesagt, du entscheidest selbst, ob du den Weg wirklich praktizierend gehst oder nur zum Jummah kommst. Und ich war ja auch in der Moschee im Korankurs und habe auch den Koran gelesen. Aber je älter du wirst, desto selbstständiger wirst du und hast dann auch deine eigenen Entscheidungen. Und mich hat leider die Dunja gefangen gehalten. Für uns war das halt immer nur, wir haben kaum gebetet, nur zu Jummah. Wir haben auch kaum den Koran gelesen. Meine Eltern schon. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich war eher unterwegs mit den Jungs. Shisha-Bar. Freitag, Samstag feiern. Das übliche. Ja. Schlechte Leben. Ja. So ist die Realität. Aber Alhamdulillah, ich bin da raus, weil ich gemerkt habe, dass es nicht die Realität ist. Dieser ganze Film und diese ganze Rap, Musik und Lifestyle und dicke Autos, Klamotten. Das ist schön. Ich sage nicht, dass es nicht schön ist. Das war ein schönes Leben. Aber du hast immer so eine Lehre in dir. Das ist zu 100 Prozent. Das können dir auch einige bestätigen. Die hat was gefehlt und mit dieser Entscheidung konnte ich diese Lehre füllen. Ich war wirklich noch nie so glücklich, wie ich es jetzt bin. Und Alhamdulillah, dass ich recht geleitet wurde. Alhamdulillah. Und du weißt selbst, Bruder, Allah leitet recht, wen er will. Egal wie schlecht deine Vergangenheit war. Du musst es aber wirklich mit tiefstem Herzen wollen. Und dann klappt das inshallah. Alhamdulillah, das stimmt. Wie lange warst du in deiner, ich sage mal, Rap-Karriere wirklich aktiv? Das hat alles angefangen so 2018. So nach meiner Berufsschule. Da waren wir schon recht jung. Dann hat so alles angefangen und ging dann auch einige Jahre so. Ein Jahr war das komplett, also ein Jahr waren wir wirklich hype sein Vater, Bruder. Also das ganze Land hat uns gekannt. Ich konnte wirklich, ich konnte nicht mal in einem Dorf frei rumlaufen. Weil jeder, ich war ja auch einer der, ich sage mal, einer der ersten, die auf Instagram so mit den Videos angefangen haben. Und so ging ich schon zwei, drei Jahre in die Länge, Bruder. Und dann kam die Pause, ne? Dann kam die unerwünschte Pause. So, das war jetzt keine Pause. Das war eher so ein, ich hatte keine Chance mehr irgendwie. Also ich hatte nicht mehr die Möglichkeit, Musik zu produzieren. Und das hat sich dann wirklich in die Länge gezogen. Das ging dann auch komplett jetzt drei Jahre. Das hat so 2019 angefangen, wo ich dann langsam, langsam so mein, ich nenne das jetzt einen Absturz. Weil du hast ja immer Höhen und Tiefen. Du kannst nicht immer oben bleiben. Und viele dachten auch, das ist eine Promophase. Weil das ist ja üblich bei so einigen Rappern, dass die mal so sechs Monate verschwinden. Ach mal untertauchen. Und danach mit einem Album. So ist ja meistens eine Promophase. Aber bei mir war das nicht der Fall. Ich wollte die ganze Zeit aktiv bleiben. Nur gab es so ein, zwei Schicksalsschläge, die es mir nicht ermöglicht haben, weiterhin Musik zu machen. Ich habe jahrelang dagegen angekämpft. Und Allah hat mir aber die Tür jedes Mal zugemacht. Das ist interessant, weil diesen Satz hast du in dem Livestream gesagt. Genau. Und diesen Satz hast du auch vor Jahren bei GymFM gesagt. Genau. Dass du gesagt hast, wenn sich die eine Tür schließt, es wird sich eine andere öffnen. Öffnet sich die andere. Und das war bei mir der Fall. Bei mir lief das auch nicht ab, dass ich einen normalen Werdegang hatte. Ich habe meinen Hype gehabt. Und bei mir ging es auch wirklich krass. Bei mir und Mero ging es schon wirklich krass ab, Bruder. Das war jetzt wirklich, wir waren sehr bekannt. Wir sind es jetzt, also wir sind es ja mittlerweile immer noch. Aber musikalisch waren wir wirklich ganz oben. Und dann fing es halt an. Ich konnte nicht mehr ins Studio. Es hat wirklich an den kleinsten Schritten schon fehlgeschlagen. Also ich habe einen Schritt nach vorne gemacht und bin zehn Schritte nach hinten gegangen. Und dann kam irgendwann der Gedanke, dass du dir gesagt hast, vielleicht sollte ich aufhören damit. Ich wusste schon, also ich wusste, dass dieser Weg haram ist. Was war dieser entscheidende Punkt, wo du für dich gesagt hast, jetzt katte ich wirklich, jetzt höre ich auf. War das so eine emotionale Entscheidung, wo du gesagt hast, einfach das wird mir alles zu viel. Es ist nicht der Weg, den ich einschlagen will. Dieses Musikbusiness und alles, was damit zusammenhängt. Geld, Rolex, AMG. Das war es, Bruder. Das hat auch alles angefangen mit dem Ramadan 2023, also jetzt, wo wir auch momentan sind. Ich habe mir vorgenommen, also mit dem Alter kommt die Reife und die letzten Jahre, ich habe den Ramadan nicht ernst genommen. Also ich habe wirklich die ersten zwei, drei Tage gefastet. Und danach hat man schon die ersten Gründe gefunden, nicht mehr weiter zu fasten. Und diesmal habe ich mich intensiver mit dem Islam beschäftigt und mit dem Gedanken schon vor mehreren Monaten auch aufzuhören. Und dann noch der Ramadan, wo ich wirklich verstanden habe, dass das mir viel besser, also es tut mir wirklich sehr gut, wenn ich weiß, dass ich den geraden Weg gehe. Und ich habe dann einen sehr, sehr engen Freund, Bruder von mir angeschrieben und habe um ein Gespräch gebeten. Und mit dem Telefonat hat er mir auch die Augen geöffnet. Wir haben sehr lange geredet und er meinte, ich bin bereit. Und das war nochmal so der ausschlaggebende Punkt. Das war so die Bestätigung. Tamam, khalas, du ziehst das jetzt durch. Vertraue einfach zu 100 Prozent auf Allah. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann bin ich live gegangen und habe meine Karriere beendet. Und mit diesem Karrierebeenden hat das schon auch direkt in der ersten Sekunde angefangen, dass ich wieder aufgeatmet habe. Ich hatte keinen Leistungsdruck mehr, ich hatte keine Existenzängste mehr, also alles verschwunden. Ich kann wieder schlafen, Bruder. Ja, was ist, weil der Westen gibt uns ja mit, der Westen vermittelt uns einen gewissen Lifestyle. Du willst ein dickes Auto fahren, dicke Uhren, Geld und alles, was damit zusammenhängt. Auf jeden Fall. Aber als Muslime wissen wir, es ist nicht erlaubt. Wir wissen, dass es nicht der Lebens, diese Werte, die wir von seinen Eltern mitbekommen haben. Man muss sich fragen, Bruder. Richtig, genau. Warum bin ich auf dieser Welt? Weswegen wurde ich erschaffen? Man, du kannst ja nicht einfach da sein. Du hast ja einen bestimmten Grund. Es gibt ja einen bestimmten Sinn, weswegen du erschaffen wurdest. Ja. Weil ich finde, diesen Gedanken, den schenkt man leider zu wenig Wichtigkeit oder wenig Beachtung. Und zwar, dass wir Muslime hier groß werden, auf der einen Seite den Westen haben, der uns vermittelt, du brauchst eine Uhr, eine dicke Uhr, eine Rolex, du brauchst ein dickes Auto, du brauchst immer neue und schöne Klammern. Genau. Das ist wie so ein Gruppenzweck. Für den Muslim ist es aber, das ist nicht seine Welt, das ist ein Identitätsdilemma. Auf keinen Fall. Er denkt sich, das ist nicht das, was ich beigebracht bekommen habe. Das ist nicht das, wofür ich erschaffen wurde. Das ist nicht das, was mein Vater mir von Kind auf Wann beigebracht wurde. Und dann lebt er immer in zwei Welten. Und er weiß nicht, wohin. Der Westen suggeriert ihm, du musst das haben. Und dein Vater hat dir eigentlich beigebracht, sei nicht so. Das ist nicht wichtig, Bruder. Du musst das nicht haben. Es ist schön, wenn du es hast. Keiner sagt, du musst unbedingt ein Corsa fahren oder du musst unbedingt Fahrrad fahren. Du kannst das aber auch auf halaler Basis schaffen. Jani, der Westen natürlich gibt dir den Eindruck, der und der fährt ein Benzer, ich muss das jetzt auch machen. Du musst gar nichts. Ja, was ich interessant finde, ist das, was du nämlich geschildert hast, das du erzählt hattest, dass, obwohl du all das hattest, und das ist auch das, was der Westen einem suggeriert, er suggeriert uns das Bild, wir müssen, gerade für die Jugendlichen, wir müssen dicke Autos haben, wir müssen dicke Uhren haben, wir müssen viel Geld haben. Aber eigentlich, und das ist das Problem für uns Muslime, haben wir diese Werte nicht von zu Hause mitgebracht bekommen. Von zu Hause wurde uns beigebracht, vielleicht ein bescheidenes Leben zu führen, ein Leben als Muslim zu führen. Und dann werden wir hier groß im Westen und stehen in so einem Identitätsdilemma, weil wir nicht genau wissen, wohin jetzt. Sind wir Muslime, die Allah Ta'ala anbeten sollten und wofür wir erschaffen wurden, oder sind wir der normale Ahmed Mohammed im Westen, der das Geld, das Auto und die Uhren jagen muss. Und das führt bei dem Muslim zu einem Unbehagen. Es ist ein Dilemma für ihn, in welcher Welt er sich bewegen soll. Diese Frage in deinem Kopf, Bruder, soll ich jetzt links oder rechts, ist es der Islam oder ist es doch eher die Rolex-Uhr oder der Benzer oder ich muss auch, ich muss auch. Das ist nicht die Realität. Ich habe wirklich alles gehabt, mir hat an nichts gefehlt. Sei es Geld, sei es Autos, sei es Klamotten, Gucci, Louis Vuitton, egal was, mir hat wirklich an nichts gefehlt. Ich habe nur realisiert, dass diese ganzen Sachen mich nicht ins Paradies bringen. Und für mich als gläubiger Muslim ist das Paradies wahr. Es gibt ein Paradies und ich weiß auch ganz genau, dass der Islam mich ins Paradies bringt und nicht eben diese ganzen schönen weltlichen Sachen. Die Jugend hat sich wirklich festgebunden, ich muss, ich muss und ich muss auch und wie soll ich sonst und er macht doch auch. Du musst wirklich wissen, weswegen du auf dieser Welt bist. Das hat alles einen Sinn, du musst den Sinn des Lebens endlich verstehen. Es ist nicht einfach, aber du musst dich mal etwas mehr mit, du musst, man muss Bücher lesen. Wenn du dich viel mehr mit diesen, mit diesen Thematiken beschäftigst, dann wirst du auch langsam, langsam realisieren, dass das alles keinen Wert hat. Das hat echt keinen Wert und bringt dich nicht weiter. Es ist schön, ich rede das alles gut. Aber kein Muss. Richtig. Es ist wirklich kein Muss. Und im Endeffekt kannst du es auch, du kannst auch anders, du kannst dir auch ein schönes Geschäft aufmachen und so dein schönes Autofahren. Du hast gestern einen schönen Satz gesagt, als du meintest, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mir auf diesem Wege schon so viel gegeben hat. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir auf halale, harame Basis so und so viel Geld schon gibt oder so eine gewisse Summe oder so viel Reichtum, was gibt er dir dann halal, mein Bruder? Richtig. Wenn nicht hier, dann im Jenseits. Wenn nicht hier, dann im Jenseits. Genau das ist es. Die Leute müssen wirklich mal verstehen, dass wir aus einem bestimmten Grund auf dieser Erde sind. Wir sind Reisende. Diese Dunja ist wirklich für einen gläubigen Muslim wie ein Gefängnis. Das ist es. Als du dann die Entscheidung bekannt gegeben hast, wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Sei es die Community, also die Community aus der Rap-Szene, sage ich mir, oder die Muslimische Community. Deine Familie, wie haben die diese Entscheidung wahrgenommen? Ich habe auch viel mit den Gedanken gekämpft, wie reagieren jetzt die Leute? Wird überhaupt eine Reaktion stattfinden oder was kommt da jetzt? Ist es eher negativ oder positiv? Aber Alhamdulillah, ich habe noch nie so schöne Nachrichten bekommen. Natürlich gibt es immer den einen oder anderen, die eine oder andere schwarze Seele, die immer was dagegen hat. Und viele schreiben mir, ob du bist jetzt Hodja geworden oder was ist jetzt los mit dir? Wer hat dein Gehirn gewaschen? Aber wirklich 90, 95 Prozent, ich habe Leute zum Weinen gebracht mit dieser Entscheidung. Ich habe auch vielen Leuten mit dieser Entscheidung die Augen geöffnet. Und das war auch mein Ziel. Ich habe mit meiner Reichweite viele Leute zum Schlechten gerufen. Und jetzt ist mein Ziel, die Leute zum Guten zu rufen. Alhamdulillah. Das ist wirklich mein Ziel. Und die Reaktion war wirklich überragend. Positiv, viele von meinem Umfeld. Wir haben auch sehr viele Rapper geschrieben. Bruder, die haben mir auch geschrieben, dass sie selbst aufhören wollen. Und das hat mich sehr berührt. Und da habe ich gemerkt, Armin, Armin, möge alle uns allen verzeihen und uns alle recht leiten. Das hat mir wirklich noch viel mehr Power gegeben. Und ich habe Bock. Ich habe wirklich Bock, die Leute zum Guten zu rufen. Weil das ist wirklich, das ist das Beste, was man machen kann. Wenn du eine Reichweite hast, dann nutzt die Reichweite auch für was Gutes aus. Nicht immer zum Schlechten. Das ist interessant, weil das ist genau das, was viele eigentlich nur bestätigen. Sei es auch aus den anderen Erzählmalformaten, die wir hatten. Dass sie immer wieder eigentlich nur bestätigen, dass wenn sie sich für diesen Weg entschieden haben, sie durchweg positives Feedback von der Ummah, von den Muslimen bekommen haben. Und Alhamdulillah sieht man wirklich, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ihr seid die beste Gemeinschaft, die zur Menschheit entsandt wurde. Wallahin, dieser Ummah ist so viel Gutes, so viel Khair, dass sie sich freuen, dass ein Bruder die Rap-Karriere an den Nagel hängt und sagt, nein, ich opfere all das, ich will den Weg des Islams gehen. Und es stößt bei den Muslimen auf Freude, dass sie sagen, das ist mein Bruder, ich freue mich, dass er diesen Weg geht. Selbst wenn er ihm vielleicht selber gar nicht geht, aber er sagt, das ist der richtige Weg und eigentlich sollte ich ihn auch gehen. Wir gehen in die selbe Richtung, wir haben alle ein Ziel und die Ummah ist stark, die ist sehr stark und das pusht einen Bruder, das motiviert einen radikal. Es ist ja auch so, dass du ja nicht der Einzige bist, sage ich mal. Also in der letzten Zeit hat man oft gehört, sei es ein Undotate, Endotate oder ein Mark Gebauer. Also immer mehr, das ist irgendwie ein Phänomen, was ich persönlich in den letzten Jahren beobachten durfte, immer mehr, sei es YouTuber, Influencer, Raps, Rapper oder Sportler, Profisportler, die den Weg zum Islam finden, die immer wieder sagen, entweder, dass sie konvertieren oder dass sie sagen, ey, ich besinne mich wieder dessen, wo meine Wurzeln eigentlich her sind. Ich bin Muslim, ich muss wieder anfangen, den Islam zu praktizieren. Obwohl ja genau die eigentlich vermeintlich alles haben. Was glaubst du, woran liegt das? Wie kommt es dazu? Das ist die Seele. Guck mal, dein Kopf will Geld, dein Körper will die Dunja, aber die Seele will den Islam. Und das ist ein Kampf, Bruder. Der größte Dschihad ist mit dir selbst, der größte Krieg ist mit dir selbst. Und ich weiß ganz genau, dass diese Menschen, die alles haben, das Weltliche, alles, füllt die Lehre nicht. Aber der Islam tut es. Und deswegen wird es auch einem klar, ich habe so viel, ich habe so viele Frauen, ich habe so viel Geld, ich habe so viele Autos, aber ich bin nicht glücklich. Und ich bin selbst einer, der nicht daran geglaubt hat. Ich sage, wie? Du hast alles, wie kannst du nicht glücklich sein? Aber wenn du das mal selbst hast und dann merkst du das, das ist nicht alles. Die Seele will den Islam und mit dem Alter kommt die Reife. Es ist genau das, was viele immer wieder auch selber von sich dann kunden, dass sie sagen, ey, ich habe vieles gehabt, aber ich hatte genau diese Lehre. Und daran sieht man einfach, dass der Westen, Deutschland, also der gesamte Westen gescheitert ist darin, den Menschen einfach Glückseligkeit zu bringen, Zufriedenheit zu bringen. Der Islam kommt auch langsam, langsam, Bruder. Ich bin überglücklich, auch mit diesem Ramadan hat sich der Islam noch viel mehr verbreitet. Und ich sehe auch, die Moscheen füllen sich und das macht mich überglücklich. Und das ist auch gut so. Der Westen versucht uns wirklich mit diesen ganzen weltlichen Sachen so wie Honig ums Maul zu schmieren. Aber ein stabiler Muslim, muss nicht unbedingt Muslim sein, ein stabiler Menschenverstand, ein gesunder Menschenverstand weiß, dass es nicht alles ist, das ist nicht wichtig. Dass es nicht darum geht, es geht nicht darum zu leben und einfach nur diesen Dingen hinterher zu jagen. Auf jeden Fall. Und wir letzten Endes, wo wir sowieso sehen, ob wir es praktisch selber hatten oder nicht, aber wir an diesen reichen Persönlichkeiten sehen, sie wurden nie glücklich dadurch. Letztendlich Zufriedenheit wirst du nur bekommen, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala anbetest, weil du den Sinn erfüllst, wofür du auch erschaffen wurdest. Zu 100 Prozent. Ich sage auch immer, wie kannst du von einem Ferrari aussteigen und auf ein Fahrrad draufgehen? Für mich ist das Paradies wie ein Ferrari, Bruder. Kämpf dafür, arbeite hart dafür, dann hast du für das ewige Leben das, was du willst. Das sind wirklich nur ein paar Jahre, die du hier auf dieser Dunja verbringst. Einige Jahre. Auf dieser ganzen Reise, die du hattest, mit Höhen und Tiefen, wie du auch gestern oder heute erzählt hast. Was hat die Botschaft des Islams für einen Impact auf deine Veränderung? Inwiefern haben wir dich auf dieser Reise eigentlich begleitet? Bruder, möge Allah euch alle reichlich belohnen. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Die Leute hinter der Kamera, wirklich jeder Einzelne, der dazu beitragt, den Islam zu verbreiten, ist für mich ein Macher, ein King, Bruder, wirklich ein Mann. Und ihr seid sehr wichtig für die Community, weil ohne euch, eure Videos zum Beispiel, ich schlafe mit euren Videos ein, egal, wie lange das Video geht, für mich ist eine Stunde Video besser als zehn Minuten, ich sag dir. Und ihr macht eure Arbeit wirklich sehr, sehr gut, Bruder, möge Allah euch reichlich belohnen und segnen dafür. Ihr macht das gut, ihr seid sehr wichtig und es hilft auch. Es hilft den Leuten wirklich, ihr macht den Leuten klar, auf eine gute Art und Weise, nicht radikal, sinnvoll, mit Logik, wisst ihr? Ihr erklärt das alles anständig und deswegen bin ich ein sehr großer Fan von euch. Ihr seid sehr wichtig für diese Welt, wirklich sehr, sehr wichtig. Dankeschön für alles, mein Bruder. Ihr habt mir auch sehr, sehr viel geholfen. Möge Allah es annehmen von allen Muslimen. Amen. Vielleicht, was du wahrscheinlich auch schon gemerkt hast oder was auch jeder Muslim hier in der Zukunft merken wird, der sich anfängt, auch vielleicht nach diesem Video zu sagen, ich möchte mich auch wieder mehr mit dem Islam beschäftigen. Ich möchte auch wieder wissen, was ist eigentlich Islam? Ist der Islam beweisbar? Hat der Islam Beweiskraft? Gibt es Beweis dafür, dass der Islam wirklich die Wahrheit ist? Dass der Koran wirklich das Buch ist, was Allahu Ta'ala herabgesandt hat? Es wird ein harter Kampf. Wir sollten nicht die Einstellung haben, dass das leicht wird. Diesen Weg zu gehen, gerade in unserer Gesellschaft, wir leben nicht in Afghanistan, Pakistan oder in irgendwelchen anderen islamischen Ländern, wir leben in Deutschland, zu beten, diesen Weg zu gehen. Es wird bei der Mehrheitsgesellschaft, bei deinem Arbeitgeber auf Fragen stoßen, warum, wieso machst du, dass wir uns immer vor Augen haben, dieser Weg wird nicht leicht. Aber wie du gesagt hast, am Ende, es sind 40, 50 Jahre, die wir strugglen hier auf der Erde. Aber danach wartet das Paradies auf uns. Aber diese 40, 50 Jahre müssen uns wirklich zusammenreißen. Ich bin gläubig, Bruder, Alhamdulillah. Aber auch ich habe den Gedanken, ja, was ist, wenn der Islam doch nicht die Wahrheit ist? Was wurde dann heute geklärt? Achhi, heute war ein sehr besonderer Tag in meinem Leben. Ich habe heute zu 100 Prozent meinen Glauben abgeschlossen. Das heißt, ich weiß jetzt wirklich, dass der Islam die Realität ist und der Beweis ist der Koran. Es hat mir wirklich gezeigt, dass ein Mensch so ein Buch nicht verfassen kann. Das muss von Allah, subhanallah, ab gesagt sein. Achhi, das kann nur von Allah kommen. Und an jeden da draußen, der jetzt auch gerade das Video schaut, vertraut mir, vertraut mir, vertraut mir. Schaut euch die Wunder im Koran an und dann werden eure Augen, inshallah, geöffnet. Ich war heute unter Schock, Bruder, als ich ein, zwei Sachen gesehen habe, mitbekommen habe. Das ist echt krass. Also, ich hatte selbst die Frage, ja, was ist, wenn es nicht der richtige Weg ist? Woher kann ich wissen, dass das alles echt ist? Der Koran ist die Religion, der Islam ist die Religion, der Glaube und Beweis hat. Das ist krass. Viele von uns Muslimen kennen gar nicht mehr das Wunder des Islams, das Wunder des Korans, wissen gar nicht mehr, warum der Islam eigentlich wirklich hundertprozentig die Wahrheit sein muss, wie wir beide hier gerade zusammen miteinander sitzen, dass es da keinen Unterschied gibt. Es ist hundertprozentig die Wahrheit. Und damit, inshallah, ein Aufruf an alle Muslime draußen, beschäftigt euch damit. Beschäftigt euch zu holen, auch an Nicht-Muslime. Es ist nicht, es kostet nichts. Jani, tamam, khalas, ihr seid Andersgläubige, aber recherchiert doch mal ein bisschen. Richtig. Ihr liest doch auch Deutschbücher, Englischbücher, Jani, ihr achtet doch auch schon auf an, schaut euch mal ein bisschen den Islam an und vertraut mir. Inshallah werden eure Augen geöffnet. Also ich habe sowas heute, diesen heutigen Tag habe ich das allererste Mal so erlebt. Meine ganzen Fragen sind wie gelöscht. Ich habe wirklich keinen Zweifel mehr dran, dass der Islam, und ich bin auch kein Mensch, der verrückt geworden ist oder keiner hat mir mein Gehirn gewaschen. Ja, ja, ja. Ich bin ein, ich denke logisch. Ist es richtig? Ist es falsch? Ich denke sehr viel nach. Der heutige Tag, der heutige Tag hat mir, also, ich habe mich mit einigen Jungs zusammengesetzt und die haben mir einen Vortrag gegeben mit den Beweisen. Ich habe gestern die Frage gehabt und heute wurde die Frage einfach auf der besten Art und Weise beantwortet. Ich habe keinen Zweifel mehr dran, dass der Islam die einzige Religion ist, die dich ins Paradies bringt und in den Diener in Allah, in den Islam. Die Religion bei Allah ist der Islam, achi. Was würdest du vielleicht den anderen Rappern da draußen, Künstlern, YouTubern, Influencern, was würdest du ihnen noch mit auf den Weg geben? So einiges. Ich würde natürlich wünschen, dass jeder Rapper aufhört mit der Musik und die Leute zum Guten ruft. Ich habe auch in meinem Livestream einige Punkte erwähnt, die für manche radikal klingen, aber der Ersan vom Teufel, der Gebetsruf vom Teufel ist die Musik. Es ist so. Es ist die Realität. Und was ich den Rappern da draußen mitgeben kann, ist, achi, das ist ein schweres Thema, das Ding ist, die müssen das von sich selbst auswollen. Weil das ist doch das gleiche, wie wenn du einem kleinen Jungen erzählst, hör auf, mach das nicht, mach das nicht, er macht das. Der Koran ist da, eure Videos sind da, jeder hat Internet, jeder hat YouTube, jeder hat Google. Ich habe euch einige Sachen erwähnt, falls es euch interessant klingt, schaut einfach, also habt ein bisschen Interesse an den Islam und dann, inshallah, werden die auch wirklich zu sich kommen und vielleicht hören die auf. Wer weiß, Allahualam. Die Jugendlichen da draußen, sie haben dich und auch die ganzen anderen Künstler, YouTuber und so weiter, sie nehmen euch als Vorbild. Das ist eine gewaltige Verantwortung, die diese Rapper dort haben, dass man sich bewusst ist, was man dort mit all dem vielleicht auch anrichtet und dass man vielleicht sich dieser Verantwortung bewusst wird und sagt, vielleicht sollte ich den Jugendlichen was anderes mitgeben für ihr Leben. Einige checken das nicht, also mittlerweile, bei uns war das auch nie der Fall, dass wir übertrieben schlechte Texte hatten, also wir haben keine Mütter beleidigt oder keine Drogen verherrlicht, aber das waren nur wir. Wir sind nicht die einzigen Rapper, es gibt zig andere Rapper, die das machen und mir haben noch einige Elternteile geschrieben, jetzt auch vor kurzem mit meiner Entscheidung, die haben mir radikal geschrieben, ey, Brado, ich habe dich gehasst, aber jetzt liebe ich dich für Allah, weil mein Sohn wieder anfängt zu beten wegen dir. Ja, das muss den Leuten bewusst sein, dass wir Menschen, die Personen des öffentlichen Lebens sind. Ihr seid einfach Vorbilder. Wir sind Vorbilder. Die Jugend orientiert sich von euch. Ich war selbst Fan von Leuten. Ich abonniere Leute und schaue deren Storys an und ich gucke, der ist vielleicht in dieser Stadt, ich will auch in diese Stadt. Oder der hat ein neues Auto, ich will auch dieses Auto. Oder er sagt, zum Beispiel so bestimmte Drogen, die du vielleicht nicht kennst, aber die er verherrlicht. Achhi, vielleicht fängt dieser kleine Junge nach zwei Jahren auch mit dieser Droge an. Leute nennen das Kunst, künstlerische Freiheit. Ich sage, was ich will, aber checken eigentlich gar nicht, was für einen Einfluss es auf die Jugend hat. Weil wir sind Konsumenten. Also die Jugend sind Konsumenten, die hören. Weißt du, ich meine, ich sage was und du hörst und nimmst es auf. Richtig. An die Jugend da draußen, geht mal wirklich, reflektiert mal und versucht mal zu verstehen, was der Sinn des Lebens ist. Warum wurde ich erschaffen? Warum gibt es mich eigentlich? Warum gibt es die Sonne? Wie kann das alles existieren? Wer hat das alles gemacht? Wieso, weshalb, warum? Stell dir diese Fragen. Und falls du dir Antworten willst, Islam. Islam. Es gibt kein anderes Buch. Kein einziges Buch in der Bibliothek außer der Koran. Wird dir diese Fragen beantworten können. Und ich wurde nicht gewaschen. Also mein Gehirn wurde nicht gewaschen. Ich habe es selbst eingesehen und realisiert. Und auch viel recherchiert. Deswegen sage ich das, was ich heute sage. Ich finde, das ist ein wundervolles Schlusswort, was du gerade gesagt hast. An die Jugend da draußen. Geht, beschäftigt euch, stellt euch die Fragen, warum ihr hier lebt. Auf jeden Fall. Was eure Aufgabe ist, wohin ihr gehen werdet. Versucht eine Antwort zu finden. Und ihr werdet die Antwort im Islam finden. Und das Einzige, was man muss, ist Allah zu gehorchen. Bruder, ich danke dir. Ich danke dir der Beste. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich reichlich belohnen. Amin uns alle. Möge Allah ta'ala den Zuhörern ihr Herz und ihr Verstand öffnen für die Wahrheit. Amin, Allahumma, amin. Möge Allah uns alle festigen und uns verzeihen. Allahumma, amin. Und uns zu besseren Menschen werden. Allahumma, amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erwähne auch oft im Video, dass der Islam die Wahrheit ist. Der Islam ist die Wahrheit und die einzige Religion. Erwähne auch, dass dein Gehirn niemals gewaschen wurde. Mein Gehirn wurde nicht gewaschen und auf keinen Fall wurde mein Gehirn gewaschen. Sag, es gibt gar keinen Zwang im Dienen. Du bist mit freien Stücken zum Islam gekommen. Ich werde nicht gezwungen, diese ganzen Aussagen zu tätigen. Es gibt keinen Zwang im Islam. Glaubt das einfach. Sag auch immer wieder, vertraut mir. Vertraut mir einfach. Vertraut mir.